Wir machen die Schipansen. Hier. Schipansen sind auch Menschen. Jetzt sind sie da. Man war recht gut. Sie sind auch Menschen. Wir alle sind Menschen. Wir sind gleich. Warum soll das so sein? Wir teilen 99,4% unserer DNS mit Schippunkte. Mit Schippunkten. 99,4%? 99,4%? Schreiben Sie das auf. Die neue Ebene. Genau, ich kann so aus der Vision. Die Vision. Sie ist ein neues Atem-Event-Stick. Sie haben aber den Vorwarten dort. Und vor einem Schipansen sind sie schon einige hervorragend. Das ist schön, was geht denn? Diese Schipansen sind wirklich ganz altkannend. Aber es kam aus einem Schipansen. 99% sind prima. Aber manche müssen fragen, was ist mit dem einen oder anderen Prozent? Ich denke, das eine Potente erklärt die Folie für Bananen und für die Wichtbarung. Haben Sie gesehen, Herrmann? Sie sehen Bananen. Ich möchte, dass man nennen, Daddy Wallace. Gleich schön sagen Sie. Tja. Mit dem Logo und Flugzeuge habe ich mich für die nächste Wissenschaft gelangt. Ich steuerte also die Royal Society, eine traditionelle und bedeutende Organisation zur Pflege der Wissenschaft. Hier wollte ich einige der weltweit führenden Primatenforscher treffen, die ihr ganzes Leben dem Studium der Schimpfersche bitten. Liebe gut, Herrmann,これ für die nächste Richtung stehen.